Moin moin Leute, jetzt ist es wieder soweit, ich mache ein Team Fortress Video. Und hier seht ihr einen ganz speziellen Spielmodi, und das ist ein sogenannter Sex and Hail Modus. Und hier ist die Aufgabe, dieses Error, ihr seht bei mir leider nur ein Error, normalerweise nur eine Figur, zu besiegen. Dieses Error hat 20.000 Leben, aber er kämpft auch gegen 20 Leute im größten Fall. Und ja, jetzt bin ich gerade dran, meine Akku mit meinem Peniswerfer, und ja, fangen wir mal an. Jetzt ist der Kerl ja gerade 7.000, weil wir gerade nur 8 Spieler sind. Oh, Moment. Ach, Mann. Boah, ey, ich voll nu. Komm, vergiss es. Ah, ah. Also, pro Spieler bekommt der Sex and Hail 1.000 Leben, so, um die 1.000 Leben. Und ja, die Aufgabe der Spieler ist, dass dieses Leben ihn absolvieren, so dass er gar tot ist. Aber der Sex and Hail hat die Aufgabe, alle 20 Spieler, beziehungsweise hier gerade 8 Spieler, oder jetzt nur noch 7 Spieler, umzubringen. Wenn alle umgebracht hat, gewinnt er, und wenn die Spieler ihn umgebracht haben, gewinnt die Spieler. Aber der Sex and Hail hat manchmal auch so, äh, super, super Kräfte. Zum Beispiel kann er nicht manchmal teleportieren, einen super gigantischen Sprung machen, also, richtig heftig. Und der kann jemand mit der, und der kann jemand mit einem Schlag umbringen. Weil, dieser Sex and Hail hat nämlich keine Waffen, der hat nämlich nur eine Schaufel. Merk er nicht. Aber, dieser Raketen, der verberuhigt meine Ohren, der ist so richtig dumpf, das klingt richtig cool. Anscheinend ist das ein vollen Move, weil der nicht weiß, wie man springt. Wir leben, aber noch 5.000 Leben. Oh, ich brauche Munition gleich. Aber du kommst von hier, oder? Ah, nee, da ist da. Okay. Pass auf, dass du nicht stürzt. Ja, ich... Ich gebe dir Mühe. Ich glaube, ich bringe mich gleich selbst, und weil ich mich die ganze Zeit hier rumballern, hier als... Hey. Ah, und hier ist mein Gastkommentator, der Tribun, einer der flinken Leute. Oh, pass auf, über die, über die, über die. Er kann nämlich auch, wenn er auf einen Typen drauf springt... Ah. Da habe ich mich selbst in Luft gesprengt. Kamer, Kamer auf mich selbst, ne? Da habe ich mich selbst in Luft gesprengt. Er kann nämlich, wenn einer, er auf einem drauf springt, der sofort tot. Und dann boinkt er sozusagen ein. Er steht so, boink, und dann ist er tot. Ja. Dann schauen wir jetzt mal den Tribunen zu. Die Waffe habe ich ihnen gespendet. Hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, runter, genau, da runter. Ne, rechts runter. Da ist, da ist ein Munitionskasten, da auch. So, knapp. Können wir es schaffen, aber... Oh, 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 das Error kommt nach. Also, ihr auf YouTube, vielleicht wisst ihr ja, warum ich da nur ein Error im Bildschirm sehen kann. Und keine eigentliche Figur, weil ich denke mal, der Tribunen sieht da ein Männchen. Was für ein Männchen ist das denn? Den Second Held, den tut mir den Muskeln los. Ah, okay, Moment, ich kann es euch mal zeigen. Der Typ, der da rumläuft, sieht so aus. So, das ist... Die Figur läuft da gerade rum und steckt uns gerade tot, alle. Ja. Und... Vielleicht wisst ihr ja, warum ich die nicht sehen kann und wie man das beheben kann. Das wäre immer ganz freundlich, wenn ihr jetzt mal die Kommentare schreiben oder eine PN. Wie schon gesagt, wie ihr schon bestimmt wisst, ihr könnt mich auch bei Steam adden. Gitarre Tim 1000 und, ja, könnt ihr mit mir und mit Tribunen zocken. Ich werde dann gleich noch eine Aufnahme mit reinschnibbeln, wo ich der Sexton Helm bin und ich alle besiegen muss. Ich hoffe, das gelingt mir. Weil die Tribunen schlägt sich da ganz gut. Oh, ne, der erobert den Punkt. Was für eine feige Nuss. Oder er will dich locken. Kann auch sein, der läuft auch gut. Oh, okay. Da hat der Sexton Helm gewonnen. Und, ja, jetzt seht ihr mich... Oh, komm, ich mach noch eine Runde. Ich mach noch eine Runde. Über die in den Kämpfen. Nee, nicht nochmal aufnehmen. Ich mach einfach noch eine Runde. Oh, ich bin der Sexton Helm. Du hast ja perfekt. 4, 3, 2, 1. So, jetzt seht ihr, ich bin der Sexton Helm. Man kann super hoch springen, indem man sich duckt, nach oben guckt und dann wieder Schaufel schlägt. Oder? Bist du das krank? Du. So. Alter. Was ballern die mich hier so weg? Oh, was ist das? Für eine Waffe. Wo ist der? Alter. Oh, nicht wie ein Spy, ey. Die Regen auch, die haben alle die... Der ist tot oder sagt, er hat er den Deadwinger. Da, die jucken erst mal so und dann... Hochspringer, yeah, komm, Woll. Hier finden so viele Verleidigungsgassen. Na, ich hör's nicht. Oh, ich denke, der lebt noch, weil der vom hier. Ah, die kenne ich, der hat noch den Deadwinger, okay. Oh, wow, da ist ein Lamp, okay, okay. Alter. Uuut, zahm. Alter, ich fahr mal nicht hoch, halt, das fliegt voll auf. Alter, man kann richtig fliegen, jetzt. Es ist blöd, wenn jemand mit so einer Ganda auf einen Schiff und was da hoch bringt. Natürlich fliegt man dann wieder runter, das ist scheiße. Oh, da ist wohl ein, ähm, eine... Ja, will ich schon, ja, hier bin ich. Okay, deswegen. Das war ein Boing, wie ich voll erzählt habe. Das war, das war gut. Das war ein Bonk. Ja, der ist der, sag ich doch, der Tichi, irgendwann. Die muss ich jetzt erwischen, während der unsichtbar ist. Alter, warum steht der nicht? Der ist tot, Banane, reloaded. Boah, ich bin tot, oder was? Oh, die hat die... Die haben den Kontrollpunkt erobert. Egal So, dann mach ich noch ne Runde hier von rein Zeit haben wir ja noch